Und da sind wir auch schon, hallo, herzlich willkommen zu mir und meinem Kretschmatorium, ich, ach, ich muss mal wieder das Video ausmachen, so, es geht heute natürlich auch wieder nur um eins, um Elden Ring, ich hab auch eben schon ein bisschen gespielt, ne Stunde oder so, ne, ne halbe, na, vielleicht ne dreiviertel, und hab ein bisschen gelevelt und werd euch gleich, hallo Leute, nein, falscher Button, da sind schon die ersten, hallo, Grüße, Chili Mann und, äh, Sarah, ihr wart doch gestern auch schon dabei, ne, ihr seid ja, generell häufig dabei, ja, äh, und ich hab so ne Routine entwickelt, die will ich euch kurz zeigen und dann begeben wir uns, ähm, im Spiel an ne andere Stelle, wir sind jetzt hier, ich nenn's die Bibliothek, aber ich glaub, es ist irgendwas anderes, Moment, auf der Karte ist es, die, ja, der Karianische, der Karianische Lehrsaal, auf die Uni, Mama, ich hab's doch endlich auf die Uni geschafft, so, oh shit, und was machst du da? Ach, hauptsächlich zaubern, denn, ich kann ja jetzt zaubern, äh, seit einiger Zeit, Moment, muss ich hier grad nochmal was einstellen, ne, zack, ich hab ja an diesen, also die, die, die Lore, die Mike-Kriegersche Lore, wie er Magier wurde, ist ja folgendermaßen, wir waren irgendwo in diesen Sümpfen, ganz ekelhaft und schlimm und, äh, vergiftet und verquallt und das war, und wirklich, und Käsefüße und alles war ganz schlimm, und da haben wir dann diesen geilen Stab hier gefunden, mit diesem purpurenen, fast auch ne Nase, also es könnte auch ne Nase sein, und dann haben wir uns, ähm, Weisheit auf 18 gedrillt, damit wir, äh, okay, das stand grad glaub ich einfach zu lange still, das Bild, ähm, damit wir den Stab benutzen können, und an dieser Stelle hab ich hier jetzt eben mir ein Level geholt, und wir haben, ich weiß nicht, wie viele, 6.000, wir holen uns noch einen, und ich zeig euch meine Routine, ja, ich hab das nämlich zu einer Wissenschaft gemacht, ich glaube, hier kriegt man ganz gut Seelen, aber nur, wenn man sehr schnell ist, so, hier seht ihr schon, das war mein letzter, dann renne ich hier hoch, und Achtung, oh nein, eine Falle, tja, aber von mir, oh nein, er schießt mit einem Bogen, was soll ich nur tun, vielleicht geh ich in Deckung, so, und dann nutze ich ein bisschen meine neu gewonnenen Künste, in der Magie, manchmal macht der Typ da oben auch nochmal den Bogen, da kommt er, und dann geh ich hier hin, oh, jetzt kommt der knifflige Part, jetzt spring ich hier runter, ah, nein, falsch, und dann runter, oh ja, und dann sterbe ich, und dann haben wir, sehen wir unten, 8.949 Runen, ich glaube, einmal müssen wir es noch machen, und dann kann ich mir nochmal einmal mehr Weisheit holen, und dadurch wird ja der Stab stärker, und ihr versteht schon, ne, und dadurch kann ich diese Routine noch viel schneller machen, und irgendwann habe ich diesen dämlichen Magier klein gekriegt, der tatsächlich mich seit einer halben Stunde, oder, ne, auch im letzten Video eine halbe Stunde, also insgesamt eine Stunde schon beschäftigt, obwohl er einfach nur da steht, aber es macht, äh, extrem Bock, also selbst Farmen macht mir sehr viel Spaß, so, okay, Moment, da passiert dasselbe nochmal, Falle, ich habe es jetzt mal ein bisschen variiert, damit ihr mal ein bisschen was seht, jetzt lasse ich mich extra mal treffen, um zu sehen, dass es wirklich um was geht, oh nein, ein zweiter Schuss, ach, scheiße, okay, jetzt wird der arrogante Simon, das ist wieder der Moment, nein, wir können ja einfach Estus spammen, und jetzt kommt der, ey, manchmal trifft er mich, manchmal kann ich es noch schaffen, aber er ist auf jeden Fall ganz schön heftig, wenn, wenn er einschlägt, dann nimmt er mir wirklich, äh, 90% ab, und das ist sein bester Trick, für mich, finde ich, weil diese kleinen Dinger treffen fast nie, aber er ist schon nicht, ähm, ne, nicht zu verachten, und man kann ihn aber unterbrechen, habe ich gemerkt, aber ihr seht ja selbst, ich bin halt der kleinere Zauberer, das macht ja fast gar keinen Schaden, weil ich da habe, ne, ich weiß nicht, wie es aussieht, ich will nicht hochgehen und kämpfen, das wird nicht klappen, weil dann liegt mein Kram ja oben, und das will ich nicht, also könnte man jetzt auch wieder runtergehen, und noch einmal, glaube ich, na, vielleicht auch zweimal, diese Routine mitmachen, so, ich bin mir nicht sicher, ich finde, das ist kein offizielles Sterben, hier in dem Fall, das ist einfach ein ressourcenbedingtes, kurzzeitiges Ausscheiden aus dem Leben, das ist geplantes, geplanter Abschied, so soll das ja sein, keine Sorge, Leute, es geht einfach schneller, ich habe alles versucht, oben kämpfen, ja, weil dann will man einen von diesen großen, also man will eigentlich zwei große abkriegen dann, um zu sterben oben, aber meistens macht er nach dem ersten, wenn er trifft, erst mal nur diese anderen Sachen, und die treffen, wie gesagt, nicht, und dann dauert es dann wieder eine Länge, habe ich gemerkt, und die Seele ist dann irgendwann weiter oben, und das will ich nicht, ich will die unten haben, so, letzter Versuch, einfach weil wir, glaube ich, dann alles haben, ja, jetzt macht er wieder die Kugel, so, und jetzt könnte ich, wie gesagt, eigentlich hochgehen, will ich nicht, ein letztes Mal musst du sterben, doch dein Sohn, der wird, äh, einen Level bekommen dafür, das ist doch schon was, zack, Grüße an John Matrix, 1988, ich frage mich immer, wann der Moment kommt, wo in so einem Spiel, so ein ganz normales Spiel, und dann kommt so der Moment, dass die Figur plötzlich realisiert, sie ist in einem Spiel, aber es ist sowas wie, ich will jetzt nicht sagen, in dem Spiel, aber es müsste eins, so ein Triple-A-Spiel sein, wo du überhaupt nicht mit rechnest, und dann nimmt das einen völlig anderen Verlauf, ähm, ich will da jetzt, das ist kein Spoiler, aber eine ähnliche Funktion gibt es bei Doki Doki Literature Club, was ich euch sehr empfehle, ähm, das muss man ein paar Stunden spielen, und dann kommt einfach ein Twist, und dann ist das Spiel völlig abgefahren, also sehr empfehlenswert. Ja, danke für die Glückwünsche zur Grimme-Preis-Nominierung, das wäre wirklich schön, aber ich muss sagen, es ist halt gegen die Maus, kannst du auch gerne mal verlieren, und das ist ja so ein bisschen wie hier, bei den Ratten kannst du ja auch mal verlieren, da, da ist, da sagt keiner, ach, die sind aber einfach, sondern alle verstehen, ja, die Ratten, manchmal nerven sie, und so ist es, mit der Maus auch, nur, dass sie nicht nervt, sondern, ähm, ne, also ich würde sie gönnen, und wahrscheinlich gewinnt sie auch, aber ich hab irgendwie auch ein bisschen Hoffnung, dass wir auch mal was gewinnen, so, aber letztendlich ist es wirklich auch nicht so wichtig, äh, ob man gewinnt, es ist halt wirklich so, äh, man freut sich einfach nominiert zu sein, und ich mein, ich sag wir, und natürlich sind das primär andere, hehehe, 10.000, okay, dann brauchen wir, hätten wir gar nicht runterspringen müssen, denn jetzt haben wir genug, und ich spiele die Bettlerklasse Chili-Man, die Mr. Chili-Man, äh, weil, äh, und ich hab's schon ein paar Mal erklärt, aber ich klär's auch gern nochmal, weil ich immer gerne mich selbst entwickle, mit den Dingen, die ich finde, im Spiel, weil man ja so ein bisschen, die Welt ist so frei, dass man alle Richtungen kann, du findest tausend Sachen, und mich hat immer genervt, dass man bei einer bestimmten Rolle, so quasi 70% der gefundenen Items, eigentlich nicht gebraucht, was ja dann dazu geführt hat, dass ich das immer verkaufe, und so, was viele nicht mögen, und diesmal möchte ich's anders machen, und möchte das, was ich finde, und was mir gefällt, dann auch haben, und dadurch fang ich mit Bettler, bei Stufe 1 an, und die Upgrades, äh, Level-Ups, oder wie auch immer, kosten dann halt, äh, nicht so viel, das heißt, man kann sich relativ schnell, in eine Richtung entwickeln, und dann kannst du direkt die nächste Richtung, wenn du jetzt irgendwie, wie ich Magie findest, plötzlich entdeckst, ähm, ja, kannst du dich in diese Richtung direkt entwickeln. So, ich hab aus irgendeinem Grund jetzt nochmal den Zyklus durchlaufen, ich war einfach schon zu sehr automatisiert, ähm, denn ich wollte ja eigentlich aufhören. Oh nein, er schießt mit einem Bogen. Okay. Ich könnte ja mal versuchen, mit ihm zu kämpfen. Komm, dann habt ihr einmal was anderes, weil jetzt kommt er auch gerade runter. Aber ich sag euch jetzt schon, allein schon, weil ich genug, nicht genug Magie hab, das wird wahrscheinlich nix. Weil er hat auch noch ein paar fiese andere Sachen drauf. Er ist nicht so schwer, ne, aber er ist schon, ähm, anspruchsvoll für mich. Ja, das meinte ich. Wie gesagt, den hebe ich mir auf. Den hab ich mir schon auf der Karte markiert. Alter. Oh, habt ihr denn, seht ihr denn mittlerweile alles? Ich hab ein, zweimal, ähm, meine, meine Facecam umstellen müssen, weil immer irgendwas verdeckt wurde. Sagt man Bescheid, sollte sich da irgendwas zeigen. Okay, jetzt darf ich nicht vergessen, erst mal mein Kram holen. Bitte nicht da reinfallen, weil ich bin im Moment runenlos. Und dann bin ich alle runenlos, tatsächlich. Es sind solche Momente, wo man eine Dreiviertelstunde auf irgendwas hinlevelt. Wie gesagt, das ist mein zweiter Level erst und ich spiele das jetzt auch schon eine Weile. Und da macht man irgendwie einfach aus der Routine heraus irgendeinen dummen Fehler, stirbt einfach mal so und, und hat, gerade merkt in dem Moment, ich hab vergessen, alles einzusammeln. Und da kann man eigentlich das Pad meistens erstmal weglegen. Betonung auflegen. So, ich nehme mein Kram. Und diesmal fahre ich normal runter. Ich bin übrigens jetzt bei ungefähr 20 Stunden, also ich bin selbst überrascht, wie, das deckt sich mit ganz vielen Erfahrungen von anderen Leuten, die sie mir erzählt haben, oder man redet ja auch viel drüber, man liest ja auch viel, dass sich 10 Stunden einfach anfühlen wie drei. Dass das Spiel einen so reinsaugt, dass man wirklich die Zeit nicht wahrnimmt. Und das hat man, gerade wenn man beruflich Spiele spielt, hat man das relativ, also man hat das, es ist seltener geworden, auf jeden Fall, ne, weil du ja wirklich den ständigen Input hast, ganz viel Auswahl und alles. Naja, okay, jetzt sind wir bei 20. Yes, Mann. Genau, gestern. Und scheiß, ich bin heute aufgewacht, ist kein Witz. Und ich weiß, Ukraine und alles, man guckt ja im Grunde die News die ganze Zeit und lässt das irgendwie immer laufen, aber dazwischen war so ein Gedanke, wo ich dachte, fuck, du hast gestern 5800 Runen verloren, durch Dummheit einfach nur, weil ich sie bei diesem Endboss einmal nicht eingesammelt habe. Aber, dann dachte ich im nächsten Moment, aber dafür hast du den Endboss gekillt. Und dann so eine Welle des Stolzes dann ging über mich rüber. Es war total faszinierend, das zu sehen, was diese Erfahrungen im Spiel für Auswirkungen haben. Okay, genug dazu. Und ihr habt ja jetzt gerade meinen, ich zeige es nochmal gerne, gerade meinen Status gesehen. Es ist relativ aufgeräumt. Es ist minimalistisch, aber ganz klar, die Prioritäten sind gesetzt, da wird sich was verschieben, aber wir bleiben auf Kurs. 20 Kraft und 30 Stärke war ein guter Anfang, dann 20 Weisheit ist eine tolle Ergänzung. Habt ihr gesehen, was das ausmacht, das bisschen Magie. Und, ich glaube fast, ich würde mir auch gerne Pyromantime antun. Aber, ich weiß auch nicht, es gibt ja auch Wunder noch, ich weiß nicht, was es noch gibt. Ich warte erstmal ab. Ich baue jetzt erstmal Magie aus. Okay, so. Ich höre gerade, Maxim hat schon ein paar Bosse gelegt. Ja, auf jeden Fall, der Maxim hat mir ja auch schon mal geholfen bei einem der Bosse. Oh, wie schön das aussieht. Bei einem der Bosse hat er mir geholfen und das war auf jeden Fall ein spaßiger, aber sehr leichter Kampf gegen Margit. Da habe ich mich noch nicht hingewagt. Ich glaube, ich könnte mit Margit jetzt noch nicht kämpfen. Ich bin zwar Level, ich glaube, ich bin einfach zu, Moment, zu divers aufgestellt. Ich bin Level 41. Wir haben, Margit habe ich mit Maxim gelegt bei dieser Red Bull Nummer bei Level 25. Also, von den Zahlen her könnte man sagen, eigentlich kannst du dich nicht so verskillt haben, dass das nicht klappt dann. Aber ich warte noch. Ich habe dafür halt diese kleinen Bosse, diese Dungeon-Bosse gelegt und das macht mir auch voll Bock, muss ich sagen. Also, meine Meinung ist ganz klar eine 10 von 10. Ich finde diese, diese 98-Meter-Score, ist es noch bei 98? Finde ich schon irgendwie, also, es ist halt echt lustig, weil irgendwie, ja klar, es ist ein Souls-Game, natürlich kriegt es 98-Meter-Score, aber dann spielt man es und merkt, ja fuck, es hat es aber auch echt verdient. Also, insofern bin ich da, bin ich da 100% Mainstream. Ach, das war aber auch dumm jetzt von mir. Mal gucken, der sieht irgendwie auch interessant aus. Na, nee, doch nicht. Aber er hat wirklich nur eine Fackel. Hast du den Run gesehen, in dem Denzel, Madden und Gregor in zwei Stunden so viele Bosse wie möglich legen? Nein, ich habe das gesehen, dass das existiert, ja, dass es angekündigt wurde. Ich habe es aber nicht, 95% Metacritic aktuell, okay. Nee, aber ich habe es noch nicht gesehen. Aber das werde ich mir alles noch angucken. Ich bin nur selbst so versunken in meiner Welt. Ich bin auch noch null Multiplayer, null Koop. Ich, ey, es ist einfach geil und ich will es erst mal für mich erleben. Ach, hm. ich hätte heute auch wirklich noch früher angefangen, aber ich muss mich wirklich auch privat noch um irgendwie Krimskrams kümmern, aber eigentlich habe ich alles dem Spiel untergeordnet im Moment und ich glaube, da geht es vielen so. Und es ist dieses Gefühl, man spielt es, alle spielen es, alle reden gern drüber, man kann viel, man erlebt zusammen, gemeinsam, auch wenn man einzeln spielt. Und, ja, das ist wie so ein großes Lagerfeuer, wo sich alle irgendwie einigen können, dass man das jetzt eine Weile macht und das ist irgendwie, das hat was Beruhigendes, ohne Scheiß, gerade auch in so Zeiten finde ich das, hat das was sehr Beruhigendes. Man ist plötzlich Teil eines Rudels, haha, Wolfsrudel, aber kein Wolf, man ist Schafrudel, nee, auch nicht Schaf, ist negativ konnotiert. Okay, man ist ein, wir sind Aale, wir sind ein Aalrudel. Das ist noch blöder. Okay, ich höre jetzt auf, heute wollen die Vergleiche nicht kommen. Ich wollte ja eigentlich woanders hin. Kommen wir, ich zeige es euch mal. Ich bin hier jetzt einfach rausgeritten. Okay, ich muss vielleicht noch weiter weg. Aber ich wollte mit euch weiter im Osten. Da habe ich nämlich etwas entdeckt. Also eigentlich nichts Besonderes. Aber hier, da, das hier. Und ich weiß nicht, ist es ein weiteres Leuchtfeuer, was ich irgendwann mal aus der Ferne entdeckt habe, oder ist es vielleicht ein Kartenfragment. Und das will ich mir angucken, deswegen gehe ich mal hier und dann gehe ich zu drei. Wir sind ein Mückenschwarm. Das kann ich akzeptieren. Teil einer Bande ist natürlich auch nice. Bande, Ausrufezeichen ist der offizielle Multiplayer, die Multiplayer-Gruppe von Ede und damit natürlich auch von Nils und mir. Es ist Battler. Ich sollte, Moment, ich schreibe das jetzt mal rein. Ich schreibe mal featuring Battler Mike Krieger. Weil es tatsächlich immer wieder aufkommt und es ist ja auch irgendwie eine relevante Frage. Allerdings habe ich gemerkt, dass es doch eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, welche Klasse man hat. Also das ist die Starter-Klasse. Okay, du hast dann bestimmte Präferenzen, aber kann mir doch keiner erzählen, dass du einfach, ich habe ein Schwert, also mache ich nur Schwert den ganzen Tag. Schwert, 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 ich stehe auf Schwert, ich gehe schlafen Schwert, ich träume Schwert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, auch ein Krieger ist irgendwann des Schwertes müde und entwickelt andere Leidenschaften. Deswegen glaube ich, man hat irgendwann eh so eierlegende Wollmilchsäue im Spiel, die alles können. Glaube ich schon. Okay. Moment, jetzt habe ich, genau da wollte ich hin, drei. Aber ich glaube, ich bin höhentechnisch. Es sind genau diese Momente, oder? Scheiß, genau diese Momente, die so, ich gehe um eine Ecke und denke so, okay, da ist irgendwas, was, das ist sehr groß und dann denke ich mir, soll ich da überhaupt hingehen? Was soll ich denn hier? Ich bin total falsch hier. Und das passiert so oft. Ich wette, ich gehe nochmal näher ran, aber ich weiß nicht, was gleich passiert. Es ist auf jeden Fall ein normaler Gegner, möchte ich fast sagen, was auch immer das heißt. Da kriege ich auf jeden Fall Geralt, äh, Vibes aus Witcher 3. Da habe ich auch echt schöne Kämpfe gehabt mit irgendwelchen Wyvern, Wyvern. Irgendwann muss ich mal lernen, wie es ausgesprochen wird. Okay. Nein. Er entscheidet für mich. Aber ich stehe doch nur hier rum. Ach, du Scheiße. Okay. Oh shit, das macht keinen Schaden, weil ich nicht nah genug dran bin. Ja, okay. Oh, es macht sehr wenigen Schaden. Ah. Keine Magie mehr. Ja, genau das ist nämlich scheiße daran. Okay, vielleicht sollte ich nochmal schnell... Das nicht. Alter. Okay, das war einfach eine dumme Idee. Okay. Okay, ja, ich, ich understand it. Er ist gut, er ist tot, Jim. Ja, da müssen wir wirklich nochmal ran. Da brauche ich krassere Zauber. Ich habe quasi, also das Ding, ich habe Zauberkiesel. Die heißen so. Es ist wirklich so. Ich habe einen Beutel voller magischer Kiesel auf diesen Drachen gerade. Deswegen, das war klar, dass das nicht klappt. Aber es war spannend. Und ich habe keine Ahnung, warum der sich plötzlich... Ich habe doch nur geguckt. Ich habe ja nicht mal mich groß bewegt und plötzlich hatte er mich voll auf den Kieker. Okay. Aber das ist Hammer. Mann, Mann, Mann. Aber das ist eigentlich auch die Gegend, wo man sowas erwarten sollte. Das finde ich immer schön. Das ist ein kleines Selbstbedienungsbuffet. Ah, er ist ein Edelmann. Zack. Wo man einfach den Toten ihre Haare beklaut. Das ist eigentlich wirklich Diebstahl. Das nehme ich mir mal, sagte sich der Ritter. Mein Krieger. Das brauche ich dringend für die Nasen-OP. Ich möchte, dass sie größer wird. Was bringt ihr denn an Kohle? Lasst doch mal gucken. Ja, also die Ausbeute ist nicht bemerkenswert. Aber ich nehme trotzdem, was man kriegen kann. Ist ja klar. Oh oh. Okay, ich habe irgendwas beschworen. Wie kommt der denn jetzt hier her? Mit Feuer? Alter, wie geil. Okay. Das ist wahrscheinlich so eine Art Schutzgeist in dem Fall. Wie geil ist das denn, dass hier so viel Zeug passiert, indem man einfach nur ein bisschen rumreitet? Ja. Komm schnell, schnell. Nein. Ah, da muss ich einfach schneller sein. Das ist das Problem, wenn man zu Pferde ist, dass man... Oh, der Gaul ist bald im Arsch. Der ist bald richtig schön durchgebraten. Nein. Das war aber auch dumm. Es ist ja zum Glück ein Moveset, was man kennt. Er hat einfach nur eine krasse Waffe. Aber es ist nichts Überraschendes bisher dabei. Okay, schnell hin. Nein! Warum denn nicht das Bein? Ach, wie dumm, ey. Ich mache es aber auch falsch. So, oh! Reite! Ja, das war's für das Pferd. Aber, es hat mir gut geholfen, wenn ich jetzt nur ein bisschen rauskomme, hier aus diesem Feuer holst, sollte das mit der Magie sogar vielleicht noch machbar sein. Vielleicht kriege ich ihn sogar nochmal auf die Knie. hier. Okay. Es reicht einfach nicht, um ihn zu Boden zu bringen. Leider. Oh, oh. Ich muss dringend Energie holen. Okay, es läuft aber ganz gut. Nein. Hör auf, hör auf, dein Ding anzugucken. Das finde ich das Demütigendste, dass die sich dann immer noch den Stab angucken. Ja, es ist keine Munition, merke es doch. Mitten im Kampf. So eine Bestrafung für denjenigen, der die Animation erleben muss. Okay. Eine Larventräne. Ich bin froh, dass ich gerade einen Gegner gefunden habe, dem ich einigermaßen gewachsen war. Wann nächstes Pen & Paper? Ich weiß es nicht. Da musst du mal gucken. Ich empfehle dir einfach einen Twitter-Account zu holen und da dann Rocket Beans zu abonnieren, weil die das schon relativ gut auch immer ankündigen. Also nicht relativ, sondern es wird halt dem Pen & Paper entsprechend früh angekündigt. Wenn man es früher weiß, kündigen sie es früh genug an und dann währenddessen ja auch nochmal betreut und so. Also das sollte man dann vielleicht machen. Ja, aber ich weiß es leider nicht. Ich weiß nicht, wann das nächste kommt. Ich weiß, wir haben regelmäßige Pen & Papers. Okay. Genau, gute Frage. Was hat es eigentlich mit diesen Nachrichten von anderen Spielern auf sich? Ist so eine indirekte Form der Kommunikation, die man mögen kann, aber auch nicht. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich die irgendwie nicht mag und ich die eigentlich gerne ausstelle. Also würde, aber ich glaube, ihr mögt sie und ich möchte sie auch nicht dann. Aber sowas, das kannst du ja eigentlich, das kannst du halt wie so ein Mosaik oder wie so ein Raster, kannst du diesen Text einfach komplett über die ganze Map verstreuen, weil immer irgendwo ein starker Feind voraus ist. Also, was habe ich damit, was soll ich damit? Und dann, es sieht halt irgendwie auch irgendwie unschön aus, es verschandelt, finde ich, minimal die Optik. Vorsicht vor Riese, okay, und der Dritte sagt dann, hier kommt etwas Großes. Vorsicht vor Monstrum. Also man kann ja auch nur Monstrum voraus, man kann ja nur diese simplen, sage ich mal, sehr einfach strukturierten, immer gleichen Messages zusammenbauen. und das ist dann so TikTok-Style. Brauche ich fünfmal dasselbe? Wenn das jetzt irgendwas Lustiges wäre, wenn da Leute, ich verstehe, dass man das nicht machen kann, auf gar keinen Fall, aber wenn Leute eigene Nachrichten schreiben könnten, man irgendwie einen Nutzen daraus zieht oder wenn sie was malen könnten, das fände ich besser. Wenn das so eine Art, irgendwie eine Zeichnung, wie Hieroglyphen wären, dann fände ich das gut. Aber hier, ich kann den, ich sehe den Nutzen nicht und irgendwie sieht es auch nicht so schön aus, weil, und das ist mir aufgefallen, es sieht, es gibt Räume, da ist es voll, überall. Und dann fühlt es sich ein bisschen an wie so eine Touristenattraktion. Weil man ist nicht, man sieht ja, okay, ich bin nicht der Erste hier. Okay. Es sieht aus, als wäre hier seit Aionen niemand mehr lebend vorbeigekommen, aber okay, offensichtlich sind da auch drei andere. Und das finde ich irgendwie blöd. Ja, okay, ihr habt recht, bei den Hieroglyphen wäre alles voller Pimmel. Das ist absolut wahr, aber wenn man vielleicht eine KI, eine Anti-Pimmel-KI trainieren würde, alles zu erkennen, was wie ein Pimmel aussieht, dann wären wahrscheinlich viele Politiker plötzlich arbeitslos. Okay, kleiner Hamburger Gag, gerade an der Grenze zur Legalität, will ja nicht, dass die Polizei vorbeikommt und mich aus meinem, wo bin ich denn? Ich bin ja, ich bin in Thailand zieht. Okay. So, was machen wir denn jetzt hier? Wir wollten doch eigentlich diese Sache hier erforschen. Wir sind wieder mal, ja, aber ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht, wieder mal völlig abgelenkt worden. Erst von diesem Drachen reite ich mal, reite ich mal dran vorbei. Das finde ich toll hier mit dem, mit dem Riesen, irgendwie geil, also ernsthaft. Es ist von, von der Programmierarbeit wahrscheinlich überschaubar, weil man ja einfach, gibt's dem, ein Feuerschwert und tunst das alles, aber letztendlich sich die Mühe zu machen, zu sagen, okay, da sind erst nur diese Zombies in den edelgekleideten Zwirn, was ja vielleicht so symbolisiert, dass das so eine Art Reichen, ähm, Sarkophage waren oder so wie auch immer. Und, aber wenn die eine alle killt, dann kommt noch ein Feuerriese. Und das finde ich irgendwie cool. Das ist so eine Ecke weiter gedacht. Oh Mann, das ist überhaupt nicht vielversprechend. Warum haben die alle keinen Kopf? Okay, ich mache mal ein kurzes Atmo-Take, damit die mal so ein bisschen reinkommen. , ich mache mal so ein bisschen reinkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Mann, wie dumm. Ihr habt's gesehen, ne? Ich hatte ihn eigentlich schon, aber diese Fettroll, die hat mich, die hat mich, die Fettroll hat's am Ende gemacht. Ich hab's nicht geschafft, wegen der verfickten Fettroll. Kein Fettshaming hier, aber Fettrolling, Extremshaming, würde ich sagen. Oh Mann, okay. Aber das war ein geiler Moment, finde ich, wie der da so kommt, ne? Pum, 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 und man dann irgendwie plötzlich doch gegen ihn eine Chance hat. Das fand ich jetzt überraschend. So, ich geh gleich nochmal hier hin, weil da möchte ich lang. Da zieht es mich auf jeden Fall hin. Einmal kurz gucken. Ja, irgendwo ins Unbekannte. Das ist exakt das, worauf ich Bock hab. Ich frag mich echt, wie hier, wie es hier weitergeht, was hier so in diesen Bereichen kommt. Und ob das hier einfach nur eine kleine Insel ist, auf der dieser eine Riese ist, mit dem ich mich auch irgendwann nochmal beschäftigen werde. Generell, hier ist noch der Magier, der Kleine in diesem Turm, der vielleicht viel schlimmer noch nach oben geht. Ich weiß es nicht. Hier ist im Anfängergebiet noch irgendwas. Dann ist hier ja immer noch Margit in dem Schloss. Hier sind ganz viele Sachen. Oh ja. Oh ja. Ich freu mich jetzt schon auf den Typen in der Spiegeldimension. Und hör mir auf, ey. Du kriegst es ab. Hier hab ich irgendwie, weiß ich nicht, was das... Okay, bei denen bin ich mir nicht sicher, ob ich mich da nicht... Ob ich da nicht hier zum Beispiel den Riesen einfach genommen habe und gedacht hab, das wäre ein Boss. Müssen wir mal gucken. Aber da will ich auf jeden Fall hin. Okay. Aber vorher, finde ich... Und deswegen wundert es mich, dass der jetzt bisher nicht mehr gekommen ist. Wo ist er denn jetzt? Eben gerade warst du doch noch da. Oh, ich muss hier was erstmal machen. Ähm, dass das nicht so... Nicht so bleibt. Ah, fuck. Komm. Es ist dumm, aber... Ja, so klappt es immerhin. Da ist er. Keine Ahnung, warum er mich eben einfach in Frieden gelassen hat. Das Spiel muss man mit Gamepad spielen. Geht gar nicht anders. Also, geht, aber das ist wirklich Quatsch. Also, da muss man auch irgendwo sagen. Dann hat man, äh, mit dem Spiel wahrscheinlich auf eine ganz andere Art Spaß. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich das so spielt, wie, wie... Äh, jetzt hier mit dem Pad. Aber dann, man kann das auch mit dem 10-Euro-Pad zur Not spielen. Ah. So, jetzt will ich... Okay. Ja, dieser, ähm, eine ist krass, ne? Diese Wirbel. Nein. Okay. Ich... Ich will nur einen richtigen Schlag, muss ich nur haben. Und ich brauche mal Energie. So, und mein Schild will ich haben. Okay. So. Der ist weg. Das freut mich. Und damit kann man sich jetzt nochmal genauer hier erkunden. Wobei ich glaube, ich glaube, hier ist wirklich gar nicht viel. Sieht einfach nur schön aus. Das hier. Oh, Mann. Ich weiß, es ist wahrscheinlich, äh, 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 als Spiel, äh, äh, Engine Editor oder wie auch immer ist das wahrscheinlich ein Albtraum. Aber wie geil wäre es denn, wenn all die, zumindest die großen Gegner, die man tötet, alle auch, so wie der hier, so mumifiziert werden würden und dann in der Pampa rumliegen. Oh, wäre das toll. Ich meine, es ist, ne? Es sieht schon toll aus und alles. Ich will auch nicht, äh, was kritisieren. Nur solche Geschichten erwarte ich mir dann für die nächste Konsolengeneration irgendwann schon. Dass sowas dann bei der übernächsten sozusagen, äh, irgendwann mal stattfindet. So, welches Gamepad kann ich empfehlen? Ey, ganz im Ernst, ich hab so ein Horrorproblem immer gehabt mit Playstation-Pads an Microsoft-Rechnern. Ich hab keine Ahnung warum, ich weiß nicht woran das liegt, aber ich empfehle ein Xbox-Pad, weil es scheint irgendwie aus irgendeinem Grund besser zu laufen. Keine Ahnung, I don't know. Und dann empfehle ich dir außerdem noch ein, ähm, hier so ein Bluetooth-Wireless-Ding und nicht Kabel. Wie viel habe ich? Äh, oh, okay, es fehlt ein bisschen. Es ist kein Geschwurbel, äh, vielleicht funktioniert es bei euch. Ich hab nie, ich hab's nie richtig hinkriegt. Es gibt diese Tools, die sind aber eben nicht offiziell, die nimmst du dann. Ich hab auch die offiziellen Software-Geschichten installiert. Es hat am Ende teilweise geklappt, teilweise nicht geklappt und man weiß irgendwie nie, ob es klappt. Bei, ja, ich hatte also auf jeden Fall deutlich mehr Probleme, als wenn ich einfach ein verdammtes Xbox-Pad nehme. Ähm, das sind meine Erfahrungen. Aber wenn das funktioniert, bitte, ähm, ich hab ja, ich hab da kein Problem mit. Aber ich empfehle, ich persönlich empfehle euch ein Xbox-Pad, wenn ihr am PC was spielen wollt. Aber eben, es ist ja auch nicht schlechter. Ich persönlich mag aber auch die Griffigkeit von den Playstation-Pads natürlich irgendwie auch ein bisschen lieber. Aber ich muss sagen, es liegt schon gut in der Hand. Also, aber ich finde Dark-Soul-Spiele, irgendwie hab ich die immer mit einem Playstation-Pad gespielt. Dadurch war es eine kleine Umgewöhnung. So, jetzt muss ich mich aber wieder mal hier um den Scheiß kümmern. Wir wollten da hin eigentlich. Jetzt machen wir es auch. Da lang. Oh, ist das so ein riesiger Schädel? Ja. Das ist auch geil. So die alten Götter. Die irgendwie... Oh. Oh, was Süßes. Gestern hatten wir ja die Simpsons-Sprecher bei Rocket Beans in drei Formaten. Ich empfehle euch alle drei Formate, weil es super interessant ist. Und... Oh, noch was Süßes. Und ich jetzt auch seitdem wieder diese ganzen Minimatzen im Kopf habe, ne? Dass man irgendwie eine kurze Animation aus Simpsons im Kopf abspult, die man gar nicht verhindern kann. Das ist hardwired mittlerweile in mein popkulturelles Gedächtnis, bestimmte Dinge. Auch weil der Gregor alle Matzen halt mir auch über Jahre quasi durch die Videos, die er schneidet, eingeprügelt hat. Die Videos sind zum Teil, glaube ich, schon draußen, ja. Also hier müssen wir lang... Oh Mann, das ist wirklich wie Castle Greyskull irgendwie. Das ist so totaler He-Man... He-Man-Flair. Wenn ich eine Wohnung hätte, wäre das der Eingang. Aber so auch Styropor. Alle Nachbarn fuckt's voll ab. Das ganze Styropor wird so abgerieben und landet in der ganzen Umgebung. Alle hassen mich. Ständig gibt's Mieter irgendwie. Versammlungen. Okay. So, zurück zum Spiel. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgedreht gerade. Ich brauche vielleicht noch mehr Koffein. Sehr guter Punkt. Geh bei Zeiten mal zum Schmied. Ja, absolut. Habe ich mir auch gedacht. Aber die richtigen Tafelrundengeschichten kann ich ja erst machen, sobald ich Margit besiegt habe. Und irgendwie bin ich mit Margit... Ich habe irgendwie Bock, da nur nicht hinzugehen. Ich spiele... Ich lese auch manchmal... Also Zeitschriften lese ich zum Beispiel immer von hinten. Ich kann mehr oder weniger gar nichts daran ändern. Ich lese die von hinten nach vorne. Immer. Andersrum fühlt es sich für mich falsch an. Und genauso bin ich bei solchen Spielen manchmal abgeneigt von der Hauptstory und mache erst mal den ganzen anderen Shit. Ich mag das irgendwie. Bis ich dann darauf keinen Bock mehr habe. Und dann fange ich an wieder Story-Elemente einzubringen. Okay, endlich habe ich die Karte. Du musst eh mal sagen, dass du die mürrische Mürte getroffen hast. Ja, das war nämlich auch eine der Sprecherinnen. Ich glaube, Sabine war es. War ja auch Sprecherin der mürrischen Mürte aus Harry Potter. Und das hat mich irgendwie total geflasht. Weil ich das irgendwie nicht mit ihr in Verbindung gebracht habe und mit der Lisa-Stimme. Und plötzlich merkst du, ah ja stimmt, die macht es ja auch noch. Okay, so. Boah, wir haben hier was aufgedeckt. Aber wie ihr seht, ist da noch nicht viel. Aber es freut mich, dass das so ein großer Kontinent ist. Ja, und hier ist das Schloss. Hier gehen wir hin. Ich würde aber eigentlich, Moment, ich muss eine Sache mal machen. Ich muss die ganzen Markierungen weg. Sollte es da irgendwo einen Shortcut geben, um alle Markierungen auf einmal zu empfehlen? Bitte, bitte sagt ihn mir. Weil das finde ich auch, es ist nitpicking, aber das ist irgendwie nervig. Meine OCD befiehlt mir, oder man sollte ja keine Witze drüber machen. Aber ich habe echt das Gefühl, dass ich so ein bisschen da was habe, eine Sperre. Dass mich das total irritiert, wenn ich diese ganzen Markierungen immer sehe. Und ich will die dann weg haben. Da, du kommst auch weg. Da, man sieht sie ja sogar in der Pampa, ne. Das meine ich. Warum leuchtet das denn noch? Das ist ja komisch. Jetzt sind sie weg. So, wollen wir reiten? Ja, kommen wir. Wir reiten da ganz triumphal. Mit dem Schild auf dem Rücken reiten wir in Richtung Schloss. Als wären wir eingeladen. Nein. Oh, Leute. Ey, das ist das allergeilige. Das ist jetzt schon der beste Run. Ich spiele seit 40 Minuten und das ist jetzt schon der beste Run, seitdem ich das Spiel habe. Direkt einfach mal geil. Einfach mal goldene Saat bekommen. Für die, die es nicht kennen, ist super wichtig. Ähm, das ist wie Ernte 23. Ne, das war ein Kippen, ne. Ne, es ist die Saat. Ohne Scheiß. Mit der kriegst du mehr Energie. Also mehr Estus, hätte man früher gesagt. Eine weitere Estusflasche. Und natürlich ist es Hammer. Und das hat man gerne. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres, was man einsammeln kann. Und die stehen immer so ganz unscheinbar so in der Gegend. Steht da einfach mal so ein kleiner goldener Baum. Die sind, selten sind die so krass versteckt, dass man sagt, das ist eine Belohnung. Sondern, ne. Einfach, du hast es hier hingeschafft. Hier brauchst du, vertraue uns, ein bisschen mehr Energie. Finde ich sehr schön. Und vor denen habe ich auch Angst. Die sind nämlich wirklich nicht ohne. Kommissar T-Rexe. Aber ein bisschen dumm sind sie. Aber das ist gut. Jawohl. Einen alleine kann ich nämlich vielleicht sogar. Und das wäre das erste Mal übrigens, dass ich einen kille, glaube ich. Oder das zweite Mal. Die sind nämlich schon. Oh, ich will keine mehreren. Keine anderen haben. Komm, geh mal schön weg von deinen Kollegen. Alter, da frisst der mein Pferd auf. Voll das Pferd weggenascht. Ah, okay. Hier bin ich wirklich noch ein bisschen falsch, ne. Aber ich will trotzdem zu diesem blöden Schloss. Aber kann hier nur noch rollen. Dauerrollen. Ja. Ja, schöne Watschen. Alter. Okay. Gib mir doch eine Chance noch. Einmal kurz. Oh, ha, ha, ha. Ah, der ist der Hammer. Also, ich liebe diese Gegner. Das ist wirklich mit einer meiner Lieblingsgegner. Obwohl sie mir so auf den Sack hauen. Weil die, ein Die. Die lassen einen keine Sekunde in Frieden. Ich weiß nicht mal, ob man mit einem Schild was machen könnte. Vielleicht hätte ich mit Magie. Der Ritter ist ja immer noch da, wie krass. Das ist ja krass. Der läuft hier einfach rum. Naja. Wie komme ich denn jetzt an meinen Kram? Uiuiui. Mit dem Pferd am besten. Ja, schön wäre übrigens, jemand da sagt gerade, hättest du mal Leckerlis mitgenommen. Danke, Moni. Ja, lustig wäre gewesen, wenn man hier irgendwelche Items bekommen könnte, die im Grunde einfach ein gigantischer Hundesnack sind. So auch in Knochenform. Aber er ist total mythologisch verklärt beschrieben und denkst, das ist so ein Epic-Item. Und es ist aber ein fucking Hundeknochen. Okay, bevor wir hier Ärger machen. Oh nein. Jetzt geht es nur noch darum, die Runen zu bekommen. Bevor man stirbt. Das ist jetzt die Mission. Was ist denn da passiert? Ach, ich bin, ich habe die, ja okay, ich verstehe. Ich habe die irgendwie gekillt und jetzt natürlich nicht mehr. Oh, okay. Jetzt muss ich hier einfach nur noch durchrennen. Nein, was ist denn da hinter mir, was so groß ist? Wir gucken mal. Objekte in der dritten Schichtlinie können näher sehen, als sie sind. Oder? So geht der Satz auf den Rückspiegeln. Alter. Dass ich hier in so eine Scheiße gerade reingerate, da hätte ich nie mit gerechnet. Guckt euch das mal an. Hey. Bekämpft die anderen. Ich will nur eure Runen. Oh, das ist ja irgendwie cool, ne? Könnte ich jetzt eigentlich absteigen und mal ein bisschen Magie machen? Wie kann ich das denn machen? Muss ich dazu... So? Ne, ich kann keine... Warum kann ich keine... Muss ich das wirklich auf die Hand legen? Nein, eigentlich nicht. Naja, das gucke ich mir später an. Da habe ich gerade irgendeinen Denkfehler, den ich nicht raffe. Aber... So. Ey, die machen die platt, ne? Die machen das nicht schlecht. Da sieht man mal, wie stark die eigentlich sind. Da gucke ich jetzt erst mal zu. Grüße Reacher. Ähm, es geht super. Alles läuft. Ich kann endlich weiter spielen und bin schon direkt drin. Ich habe so viel geilen Kram gerade erledigt, bekommen und aufgelevelt. Bin hier im neuen Gebiet. Habe eine Karte freigeschaltet. Guckt mir jetzt gerade das hier an, während ich auf der Suche nach diesem Schloss bin. Naja, Suche... Es ist relativ leicht zu finden. Aber man muss ja erst mal hinkommen. Hammer. Ich gucke da voll gerne zu. Das ist irgendwie... Ich habe richtig Respekt jetzt vor denen. Aber warum kriege ich denn jetzt nicht die Runen? Wir hatten doch... Mir wurden Runen versprochen. Ja, ich helfe mal ein bisschen. Vielleicht kriege ich dann ja die Runen. Nein, es ist meiner. Kriege ich sie? Ja, immerhin. Nein. Und schon wieder ist der Spaß vorbei. Mal gucken, wie viele Punkte die bringen. Ich meine, hier sind viel Feind, viel Ehr. Und in dem Fall auch viel Verkehr und viel Runen am Ende. Hier kann man gut leveln, verdammt nochmal. Das ist eine gute Ecke. Wenn ich jetzt hier noch in der Nähe einen Monfire finde, sind wir im Geschäft. Guckt euch das an. Das bringt richtig fett Punkte. Und die sind beschäftigt. Der weiß überhaupt nicht, dass hinter ihm schon der Tod anrollt. Hahaha. Das ist ja Wahnsinn. Das ist mein Lieblingsraum im ganzen Spiel. Meine Lieblingsecke. Oh, jetzt haben sie langsam, ne? Nein. Nichts. Naja, gut. Das war ja auch ein bisschen frech, ne? Das Dumme ist, meine Runen sind jetzt genau in der Mitte von dem Gefecht. Scheiße. Was ist das denn? Geisterquellen, Sprünge? Achso. Okay, ähm. Boah, okay. Aber das Schöne ist, ich werde jetzt gleich meine Skelette rufen, sobald ich meine Sachen wieder habe. Ja, muss ich einfach nur runter reiten. So. Da, 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 jetzt kämpfen sie. Wie geil. Ich starte das Ganze. Okay. Oh, oh. Das sind ja noch zwei. Überall sie welche. Also das ist schon cool. Man kann ja echt warten, bis sie diese Hunde, Hunde-Dinos fertig haben und dann irgendwie noch ein bisschen mitzaubern oder so. Nein, das wollte ich ja nicht. Wie dumm. Ich bin hängen geblieben. Ich wollte eigentlich schnell noch den Dino eine mitgeben, dass ich die Punkte kriege. Aber ihr habt recht, wahrscheinlich sollte man jetzt erstmal einsammeln und ausgeben. Hm. Aber es macht gerade so viel Spaß. So. Und ich hole direkt meine Skelette. Ah, okay. Nee, das wollen wir nicht. Ich habe gerade überlegt, ob man auch mehrere... Ah, Moment. Wo ist es? Wo ist es? Ah, da. Ob man auch mehrere Geister rufen kann? Kann man aber nicht. Das wäre ein Perk, was ich gerne mir erkämpfen würde. Wenn es gehen würde, dass man... Ah, okay. Die machen ein bisschen Schaden. Dass man mehrere Geister zum Beispiel beschwören kann. Das finde ich cool. Komm, gib mir die Punkte. Bekomme ich sie? Ja, schön abgestaubt. Ah, das war ja herrlich. Ach, toll, toll, toll. Super toll. Den Tröter will ich auch noch haben. Nee, das war ein Fehler. Ey, ich mache immer denselben Fehler. Okay, wir hören jetzt auf. Jetzt wird es langsam auch riskant. Aber irgendwie ist es einfach geil. Die sind stark. Also der mit der Tröte nicht. Der ist nur Musiker. Der ist hauptberuflich Musiker. Kindermusiker. Auf Kinderpartys. Jetzt nicht mehr. So, diesmal holen wir uns andere Kollegen, nämlich die Wölfe. Bande. Okay, Bande ist am Start. Sollen die mal ein bisschen angreifen? Vielleicht mir auch ein paar Punkte machen? So, jetzt hören wir aber auf. Jetzt geht es weiter. Aber gute Frage, wo eigentlich? Wo geht es denn weiter? Hier? Hammer. Die machen den ganzen Tag... Oh, machen die nix anderes. Du kommst mir noch dran. Ah, warte. Da kann ich doch jetzt mal ein bisschen Magie walten lassen. Reicht das? Na komm. Ach, schon wieder keine. Ich muss meine Ausrichtung auf jeden Fall kurz verändern. Das ist ganz wichtig. Der Nasenmann. Er kennt keine Rast. Wenn er rastet, dann nur, um seine Flaschen aufzufüllen. Zu verstärken. Ah, guckt euch das an. Die Menge. Und eine neue. Habe ich noch eine? Ne, ne? Zwei. Okay, es sind jetzt zwei goldene Saat. Und das haben wir einmal schon mal gemacht. Ich habe auch keine weitere. Und jetzt kann man das nämlich gut verteilen. Drei, vier. Finde ich ganz gut. Ab jetzt bin ich ein wirklich mächtiger Magier. Mit einem kleinen Drecksfluch. Aber da werden wir uns gleich. Das merken wir uns. Könnt ihr mich gerne nachher dran erinnern. Wir gehen ins Anfangsgebiet zu der Zauberin. Hinter dem ersten Pumpkinhead-Boss. Und da kann ich nämlich weitere Schriftrollen abgeben. Und da kann ich dann auch Zauber lernen. Das werden wir noch machen. Habe ich denn hier noch was? Dringende Heilung. Ist schon mal gut. Giftnebel. Aber Heilung ist ja auch eine Anrufung. Ja. Muss ich irgendwann auch noch lernen. Was braucht man denn nochmal dafür? Glaube. Okay. Aber ich habe doch 10 und 8. Da gucken wir gleich nochmal. Was kann ich hier eigentlich machen? Da kann man ja auch mal gucken. Regeneriert Hälfte der Gesamte. Kann ich das nur einmal benutzen dann? Oder ist das was, was mir längerfristig was bringt? Verringert den. Also, das ist gut. Regeneriert und verringert den Schaden. Oder? Ne, ich glaube besser ist nicht so eine Energiepille, sondern so eine Kampfpille. Und zwar mit dem Geschick und dann noch dem erlittenen Schaden. Moment, verringert. Genau. Also man ist geschickter, schneller, agiler und gleichzeitig nimmt man weniger Schaden. Und was mache ich jetzt damit? Wie kann ich das? Ach, Moment. Ist das in meinem Getränk dann drin oder was? Nee, ernsthaft? Das mache ich nicht einmal, sondern ich habe das quasi immer, wenn ich sowas trinke. Da bin ich jetzt gerade echt irritiert. Das könnt ihr mir gerne mal sagen. Hat sich Agromon wieder beruhigt. Gestern war er mal wieder sehr wütend. Ich weiß nicht. Es war, naja, also wütend. Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Das war sehr anstrengend, dieser eine Bosskampf. Da wird man natürlich wütend. Das Spiel will einen ja auch wütend machen. Aber, äh, ich fand, das war, äh, also, völlig im Rahmen jeglicher Konventionen. Das war eine 6 von 10 Wut. Das, wirklich, da wird noch nicht mal, da wird noch nicht mal die Polizei eingeschaltet. So. Ausrüstung ändern ist eine gute Idee, glaube ich. Und schon wieder passiert irgendwas. Man kann nie einfach nur kurz rumstehen. Okay. Okay, das Ding kommt. Okay, es ist machbar. Ich dachte, es ist vielleicht der Wunsch auch dabei, dass ich hier nicht rüberkomme und einen anderen Weg finden muss. Aber nein, es geht. So, ich mache mal. So, ich mache mal. So, ich mache mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020